Sehr geehrte Damen und Herren, heute geht es weiter mit dem Thema Steinzeit. Was war in der Steinzeit besser? Vieles war besser, die Ernährung war besser. Heute wird überall Zucker beigemischt und so weiter und so fort. Die Leute essen Holzfällersteaks, aber fällen keine Bäume mehr. Und auf der einen Seite war die Ernährung viel besser und viel natürlicher und vor allem auf der anderen Seite hat man sich viel mehr bewegt in der Steinzeit. So, danke.